Kindergarten Chernobyl. Wir bringen ihre Kinder zum Strahlen. Ah, nice. Flieg so. Ich weiß, das wird meine neue Anmod. Ach so, was wir in der Runde vergessen haben. Du bist Deutsch? Ich bin Deutsch, ja. Ich bin Deutsch und kann fliegen. Ich finde den CZ-Skin hier, den du mir getradelt hast, auch so nice. Vorher hatten wir die Funtin Scherzer. Den Typen jetzt nicht geholt, ne? Ähm, wie sie sausen, also ein... Blick hier. Davi. Das ist ein Scheiß-Team. Gar nicht. Wer hat sich ne P2000 gekauft, das tut weh. Ne, er hat die P2000 anstelle von ner USPS noch mehr gelegt. Wenn du da jetzt noch 10€ drauflegst und wir haben die ganze Zeit keine Köder geworfen, deshalb bin... Oh, wir haben null Tode. Lull. Wenn wir richtig durchziehen, dann könnte es wieder, dann könnte es diesmal so ein... Hier, ich würde sagen, die Stadt hier würde ich fast schon mal die diplomatische Lösung mal anders definieren. Ich möchte ganz kurz noch erwähnen, dass ich ein Deutscherländer bin. Oh, Paul, der hackt. Ich hab jetzt nen Tod. Okay, Paul ist on to the clutch, weil ich das in einer letzten oder vorletzten Runde verkackt habe. VHS, Black Bars. Sieht scheiße, Gesundheit. VHS plus CC sieht scheiße aus, aber CC. Ja, mir fällt nichts mehr an. Ach so, spannende Musik. Was? Ach lol. Irgendwie haben wir immer dann die gleiche Idee, sich ne Arbel zu kaufen. Der ist jetzt in der Hölle. Der andere wird hier nicht lebend rauskommen. Vertrau dem Frieden hier grad irgendwie noch nicht so ganz. Gar kein Plan, wo dieser Typ sein kann. Der ist jetzt drin, der ist jetzt drin. Pass auf, der pusht vielleicht von links. Ah, direkt. Sehr, sehr gut. Digga, ich hab zwei Tode. Noch offensichtlich. Ich bin nicht sicher. Hätten die es eigentlich nur nicht machen können, dass die umhacken sind. Stopp. Direkt noch einer. No Scope. Ey, den Schuss musst du dir angucken. Stopp. Direkt noch einer. No Scope. Den Schuss musst du dir angucken. Es war ein No Scope. Den Schuss. Das wär nice, wenn du den Schuss einfügen könntest noch. Ey, ich glaub, ich hab ihn angehört. Der ist Keller. Keller, Nick. Der ist im Keller. Achso, by the way, ich bin unter den Klatsch. VRS, BlackBars, was auch immer. Frag mich nicht. Wusstest du, dass das Grüne in der französischen Flagge dafür steht, und dass sie wissen, wie man fair spielend ne WM gewinnt? Ja, wusste ich nicht. Ich wusste aber, dass die von Zacken nicht sauber ticken. Wenn wir für die kleine Scheiße machen wollen. Oh, Leute. Ah, und ich bin 200 Wingmans am Tag mit dir zocken. Dann droppst du nach ganz unten. Zeig doch. Sehr schön. Ich hab einen Headshot-Maker. Ich hab einen Sandwich-Maker. Wir auch. Wir haben sogar zwei. Was ist der Typ für ein Vollidiot? Der ist irgendwo, der Typ. Keine Ahnung. So, du darfst einfach mal wieder alles ansagen, weil du hast ja auch gesagt, dass du es so traurig findest, dass ich nicht die Allgemeine verdienen hätte. 50.000 Abos, 50.000 Likes, 40.000 Kommentare. Passt. Ähm, kack mal wirklich ein paar Kommentare rein. Na echt, irre. Ich glaub, Paul hat alles gesagt. Schaut auf meinen Tisch vorbei. Bis dann. Wir sind Deutschländer. Jo, wir sind Deutschländer. Ciao.